Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together! The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich hab schon gehört, Superbrot hat hier ganz schön Probleme gehabt in diesem Dungeon. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also... Wie mache ich das denn? Also da ist die Karte, da sind wir gerade anscheinend. Oh mein Gott, hör auf damit! Da kriegen wir keinen Teufelsvilla, okay. Ja gut, da müssen wir rein. Ach, geht schon auf? Wenn das jetzt die Schwierigkeit war, dann verstehe ich das nicht, was Superbrot dafür Probleme hatte. Hä? Willst du denn? Hässlicher Frosch. Naja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier die Probleme hatte. Warte, das muss ein anderes Problem gewesen sein. So, ich muss eben kurz rechnen. Gut. Kann man hier irgendwie... Ich will mal eben kurz... Ach nee, hab ich schon da. Gut. Äh. Äh. Okay. Hässliche Gestaltin. Friss das. Bäm, in dein Gesicht, du. Oh, wir sind fast huzig gerade. Uns fehlt Energie. Haben wir jetzt aber auch gegessen. Äh. Oh, ich liebe dieses Spiel, das ist cool. Vor allem, als es Together ist, dass man was ganz, ganz Neues sucht. Oh, Bomben! Nee, das war falsch. Da sind wir jetzt gerade. Ach ja, schön. Oh, ich liebe dieses Spiel, das ist so toll. War er hier denn schon? Äh. Warum geht das nicht? Äh. 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 Ja, okay, geht nicht. Merke ich mir aber, dass ich da noch hin kann. Jetzt geht's rund hier mit dem jungen Hund. Eine Nuss. Meine Nuss. Das ist ein Götter-Rahorn. Er reduziert die Verletzungen durch die Gegner um die Hälfte. Toll. Schlage mit dem Schwert auf die verräterischen Wandstellen. Und achte auf das Geräusch. Verräterische Wandstellen. Was will er mir damit sagen? Also hier sehe ich auch... Fuck. Nein! Oh oh. Fuck. Geh weg! Ah! Nein! Erwischt. Fuck. Oh, eine Kiste. War er hier noch nicht? Ach komm, das wäre ja zu einfach. Krrrr. Ja, der Kompass! Eine akustische Signal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel versteckt sind. Mhm. Gucken wir mal. Wie kann ich denn da... Wie kann ich denn da rüber? Wie komme ich da rüber, ist die Frage. Ah. Ich würde gerne mal auf die Karte zugreifen, weil irgendwie geht das nicht. L3. L3 gibt es auf die... Ach. Oh mein Gott. Nein, den darf ich wieder. Danke. Na gut. Oh nein, nicht schon wieder. So, komm mal her. Fuck! Habe ich ihn jetzt verloren? Oh, den Kompass meine ich. Ne, den Kompass habe ich sogar noch. Sehr schön, oder? Irre ich mich jetzt. Ne, den Kompass haben wir. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Erstmal hier hoch. Geht nicht. Sehr schön. Gut, gucken wir erstmal, was hier so drunter ist. Wir brauchen alles mögliche an Items. Wenn das jetzt echt der Weg war, den Superbrot gesucht hat, dann darf ich mich schlapp. Dann, ohne Scheiß, will ich der König der Spiele. Aber was mein... Was willst du denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Fängt ja schon toll an. Äh. Nein! Hallo? Ja, was soll denn das jetzt? Wie soll ich da... Ach, ich habe eine Idee. Komm her. Und Feuer! Ja, natürlich. Genau. So einfach kann es sein. Was zur Hölle? Oh Gott! Das ist aber ein seltsamer Stein. Vielleicht kann man ihn einfach umrennen. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Das hatten wir beim letzten Mal schon. So vielleicht? Nee. Irgendwie bin ich da echt sprachlos. Irgendwie funktioniert das auch nicht. Ach, fuck. Und jetzt habe ich wieder die Bomben am Arsch. Sehr schön. Geh weg. Geh weg. Ach ja. Wunderschön. Sterbt doch alle. Geht verrecken. So. Wo war... Ha! Ich muss Start drücken. Nicht Select. Rechts ist nix. Wir müssen nach oben. Und euch kille ich mal schnell. Bleib da an der Ecke genau. Schick. Was für seltsame Stellen an den Wänden, wovon der geredet hat. Dieses komische Vieh. Geht nicht. Muss ich das verstehen? Irgendwie nicht, oder? Ach mein Gott. Das gibt es doch nicht. Wisst ihr, was das ist? Nein, ich lade jetzt kein Save State. Sag mal. Das wäre jetzt echt zu blöd gewesen. Auch keine Herzen drin. Alles klar. Gut zu wissen. Geh sterben. Oh Gott. So, ich möchte jetzt gerne mal hier rechts. Obwohl rechts kann nichts sein. Eigentlich. Sage ich ja. Nichts wie weg. Wie renne ich denn in diesem Spiel? The question is... What is the question, ne? Geh sterben. So, hier sind wir jetzt. Oh, Start. Nicht Select. So, nach unten müssen wir... Wir. Haben wir denn schon den Meisterschlüssel? Ich glaube nicht. Hier ist aber nichts. Merkst du was? Ich merke genug. Und hier ist nichts. Geh sterben. Wie kriege ich das Vieh denn? Muss ich vielleicht die Dinger zurückschießen? Oh mein Gott. Was für ein... Feuer. Schieß. Was soll das denn bitte? Ich hab doch mein Schild hochgehalten. Habe ich natürlich... Okay, langsam merke ich, was er für Probleme hat hier. Komm, fick dich. Geh kaputt. Hier geht mir mal bitte aus dem Weg. Oh, fuck doch nicht so blöd ab, ey. Du musst jetzt eigentlich tot sein, du Affe. Ja, jetzt kommen die vier. Die vier Brüder des Schicksals. Jetzt kommen die beiden Brüder der Kacklappen. Und natürlich dieser Scheiß hier der... Kanacken. Kanacken vor allem. Mann. Fuck doch alle nicht so ab hier. So, wo ist jetzt das Problem? Wir müssen nach unten. Hier unten soll was sein. Aber... Okay, ich glaube, ich hab eine Idee. Dafür müssen wir aber erstmal die anderen da platt machen. Oh, Bomben? Mitnehmen. So. Kebäm. Und jetzt? Haha. Wer ist der Beste? Ich bin der Allerbierste. Ähm, was mach ich jetzt mit dem Schlüssel? Ähm... Oh, schon wieder Select. Hm. Hier ist er irgendwo... Ich versteh nicht, was mit diesen Wanddingern da, mit dem Dingsbumsens gemeint sein soll. Okay, unten waren wir. Hm, hm. Ich glaube, da sind... Hm, 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 hm. Sind noch ganz... Oh mein Gott. Hm, hm. Entschuldigung. Das sind noch bestimmt ganz viele Räume, die noch nicht begutachtet wurden. Ja, da hab ich nix von, wenn ich da lang geh. Was soll ich mit dem Herz? Okay, der ist tot. Hier irgendwas Besonderes sieht nicht danach aus, ne? Okay, falsches Stockwerk, würde ich sagen. Aber hier kann ich auch nix machen. Versteh ich nicht. Hm, 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 hm. Irgendwo anders muss ich hin. So sieht das nämlich aus. Aber wo ist die Frage? The question is... What is the question? Rechts ist nix. Oh mein Gott. Uhu. Tot. Sauber. Okay. Hier ist neben wo irgendetwas. Wenn ich rausgehe, hab ich nix. Und sind wir wieder raus. Toll. Okay. Irgendwie sagt die Kata ihm auch gar nix, ne? Schön, Teufelsvilla. Yay, ganz toll. Mir war's mit ein paar Herzen. Das wär meine Maßnahme. Feuer! Ey, das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, ne? Hab ich grad vibriert oder so? Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, hab ich nicht. Ich dachte gerade schon. Okay, links war ich schon. Da war nix. Hier rechts war auch nix. Eine Nuss. Halbiert den Schaden. Was ist denn mit dem Platz hier? Das sieht doch so merkwürdig aus hier. Oder nicht? Aber hier ist doch nichts markiert irgendwie, dass hier was sein könnte. Ich werde jetzt einfach mal eine Bombe hier entlegen. So. Gucken wir mal. Wenn da was ist, dann wird's explodieren und kaputt gehen. Nein, nein, es geht nicht kaputt. Sehr gut. Das war eine Bombenverschwendung. Wie man sie aus dem Buch erkennt. Und tot. Ja, ist ja gut, ihr Süßen. Ja. Jeder darf mal ran. Was hat das mit dem Raum hier auf sich? Ist die Frage. Ja. Und jetzt? Nix. Was sagst du? Über die großen Löcher musst du mit viel Anlauf springen. Aha. Und was ist das hier? Versteh ich nicht. Versteht das einer von euch? Da will ich gar nicht rüber. Was soll ich da? Bestimmt muss ich da rüber. Drück da einfach mal Start und nicht mal Select. Hier ist auch nix. Und hier waren wir schon. Bin ich hier nicht vor den Tod gegangen? Ich glaub schon. Oh nein. Geh weg. Stirb. Was ist das hier für ein merkwürdiges Ding? Diese Böden hier, die machen mir ganz schön zu schaffen irgendwie. Kann man hier vielleicht graben? Ne, geht auch nicht. Das sieht doch aber echt merkwürdig aus, oder? Wenn, dann muss man es ja in die Luft jagen können. What should I do? What should I do? I don't have even ideas. Beton liegt auf even ideas. Feuer! Feuer! Herzchen! Gefällt mir. So, damit sind wir wieder voll. Gerade meine 15 Minuten sind auch schon wieder rum. Fuck. Hier bin ich vorhin down gegangen, oder nicht? Oh! Start und nicht Select. Verdammt normal. Okay, dann sind wir hier richtig. Ich möchte wenigstens den Dungeon beenden. So. Und ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. Ja, ist ja gut. Kann ich die Dinger verschieben? Nein! Das da verschieben? Nein! Okay. 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 Okay, ich möchte mal da oben hin. Was hat das mit den beiden Viechern auf sich? Ich muss ja wahrscheinlich einfach durchkommen, ne? Ich kann ihn gar nicht tot machen. Okay. Ah! Ja, wie kriege ich die denn down? Das ist ja... Verdammt! Ich bin gefangen. Und Bomben habe ich nicht. Muss ich die schmeißen? Na, ach doch, eine Bombe habe ich noch. Verdammt! Ich habe keine Bomben mehr. Was soll ich jetzt machen? Scheiße! Verkackt, würde ich sagen. Kann ich die vielleicht anzünden? Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Ohne Scheiß. Hm. Muss ich mich jetzt kehren lassen, oder was? Ja, weil sonst kann ich nichts anrichten. Ach, fuck, ey! Kann ich hier irgendwo runterspringen? Och, Mann! Das kann doch nicht sein! Oh, Glück gehabt! Oh mein Gott! Okay. Böse! Mann, geh doch tot! Lüpp! Bop, 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 tot! Oh Gott, ich brauche ganz dringend Herzen, oder so. Oh ja! Wir haben die Power! Die Power der Dragon Balls! So, hier durch. Boom! So, ich muss die Dinger eben verschmeißen, vor allem. Oh nein! Fuck! Ach, scheiße! Okay. Ich weiß immerhin, wo ich lang muss. Ja, genau. So wird das auch was. Ach, Mann, dreh dich doch um! Link! Du Vollpfosten! Mein Herz! Wie habe ich den denn daumen gekriegt so schnell? So, hier rein. Rechts. Das machen wir einfach gleich nochmal. Ganz fix. Das ist ja nicht so problematisch, der Weg dahin. Von daher passt das alles. So. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Zeit verschwende jetzt. So, Bombe. Ich brauche mehr Bomben, wenn ich die beiden Typen platt machen will. Ich muss aber auch aufpassen, dass ich mich jetzt nicht kille. Ah, super. Brot wird so stolz auf mich sein, dass ich den Weg einfach mal so gefunden habe. Ah, ja, ist ja gut. Ah, die Dinger hängen an mir wie eine Klette. Verreckt dran. Mann. Ich will mehr Bomben. Okay, ich weiß ja, wo ich Bomben kriegen kann. Blöde Sache eigentlich. So, hier. Nicht langs Schnacken, einfach durchlaufen. Genau. Super. So, nein! Ah! Es hat mich fest im Griff. Lass mich los. Kackvogelfieh. Mann. So, nächste Tür. Jetzt, jetzt! Ah! Nein! Falsche Richtung! Fuck. Ich muss da hüpfen, ne? Ja, so sieht das nämlich aus. So, ich möchte ihn wenigstens noch zur Tür bringen, damit er sieht, wie gut ich doch bin und dass ich auch die Wege finde. Ja, das ist den Goku-Style, würde ich mal sagen. Aber erstmal will ich dem Typen jetzt was an den Kopf schmeißen, da. Pimpf. Pimpf. Ja, du. Also ich finde diese Dinger hier nicht hilfreich. Willst du die gepanzerten schwarzen Kreaturen bezwingen? Gib ihr explosives Futter. Ja, ist ja gut. Das habe ich schon... Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Hey, eine Kiste! Kiste! Äh, ein Rubin. Ne, 50 Rubine. Wow. So. Oh! Start! Nicht Select! So, wir müssen... Ne, ne, ne. Ich gehe gerade wieder falsch. Hier hin. Oh! Mann! So. Gut. Soll ich da runter? Ja, ich will da runter. Ich will da runter. Hallo? Scheiße, da komme ich gar nicht hin. Aha. Ich komme hier gar nicht runter. Was soll denn das? Mann! Da ist hier Holland in Not. Ey, sache euch. Hüpf. Hüpf. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ja? Alles klar. Du gehst mir so auf den Schnürsenkel, du blödes Mistvieh. Ah! Oh, hör jetzt auf! Mann! So. Tot. Meine Güte. Ja, ist ja gut. Du, Kackvogelfieh. So, jetzt will ich mir noch irgendwie die Bomben holen. So. Äh. So. Schnell wieder zurück. Eben die... Oh mein Gott! Dass man hier die ganze hin und her switchen muss, das ist ja super nervig. Scheiß, muss ich hier nicht töten. Nee. Machst du mal bitte die Tür wieder auf, du... Irgendwie komme ich hier wieder weg. Ich hing fest. Definitiv, ich hing fest. Das ist jetzt ein Scherz, ne? Es gibt keinen Ausweg für mich. Ich bin gefangen. Soll ich Superbrot einfach sein Schicksal überlassen? Nein, das kann ich nicht machen. Ich komme hier nicht weg. Muss ich hier runterspringen? Aber wie? Der springt da ja nicht mal runter, der blöde Vollidiot. Der... Elende. Oh mein Gott! Ich hing fest! Okay, das nehmen wir jetzt in die Luft, Jagen. Wenn das nicht, dann bin ich am Verzweifeln. Absolut. Nicht, dass ich jetzt schon verzweifle. Nein, das geht natürlich... Hey, fick dich doch, ey. Ich komme nicht mehr weg. Ich sehe auch niemanden anderen Ausweg. Och, komm, ey. Lass mich in Ruhe. Ich verstehe es nicht. Ich hänge hier fest. Naja, irgendwann habe ich ein paar Räume mehr entdecken können noch. Springst du da runter? Nö, auch nicht, ne? Ach, du bist ein Bastard. Mann! Scheiße! Und ich überziehe total. Kannst mal aufhören. Du gehst mal auf den Sack. Ach, scheiße, was mache ich denn da? Eine Bombe! Die Frage ist... Wie komme ich hier wieder raus? Wenn ich hier keinen Ausgang habe, dann kann ich hier nicht mehr weg. Und ja. Kann ich die Tür wenigstens in die Luft jagen? Nö, ne? Habe ich, glaube ich, schon versucht. Nö, das geht nicht. Vielleicht hier ein Durchgang? Auch nicht. Ach, ja. Ja, witzig. Wir hängen da fest. Es gibt keinen Ausweg mehr für uns. Also muss ich mich töten lassen. Nee, töten lassen bringt ja auch nichts. Hm. Ich glaube, das überlasse ich jetzt Superbrot einfach mal. Ich habe hier genug angerichtet. Und er kann den Ausweg suchen. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut bei Superbrot1992 vorbei. Super Let's Player. Super Together-Kollege. Und schaut auf meinen Kanal, in meine Projekte. Und danke schön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Together The Legend of Zelda Link's Awakening. Haussein, Haussein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai. Bis zum nächsten Mal.